Auf einem fernen Planeten, in einem abgelegenen Sektor des Universums, gab es eine Gruppe von Aliens, die den Menschen ins Visier genommen hatten. Es war nicht ihre Absicht, die Erde zu erobern oder die Menschheit zu vernichten. Nein, sie wollten einfach nur ein wenig Spaß haben, indem sie den Menschen verspotteten. Und wie sie das taten, war, nun ja, ziemlich unhöflich, wenn man es so ausdrücken wollte. Die Aliens, eine Mischung aus bizarrem Aussehen und zynischem Humor, hatten eine spezielle Mission, sie wollten die Erde als das primitivste, schwächste und unbedeutendste von allen bewohnten Welten darstellen. Sie fanden die Menschen in ihren kleinen, zerbrechlichen Körpern ziemlich amüsant und, wie sie es nannten, unwürdig der Galaxie. Einer von ihnen, ein besonders spöttischer Alien namens Zorath, hielt sich für den Scherzbold der Gruppe und begann, besonders grausame Witze über den Menschen zu machen. Eines Tages landete ein einzelner Mensch, ein junger Mann namens Lukas, auf diesem Planeten. Er war auf einer Expedition, um eine verlassene Raumstation zu finden, die im vorigen Jahrhundert irgendwo in dieser Region gestrandet war. Zorath und seine Freunde, die diesen Menschen noch nie zuvor gesehen hatten, begannen sofort, ihn zu belächeln. Was ist das? Ein Mensch? Sie haben so viele Muskeln wie ein Fisch und so viel Intelligenz wie ein Kiesestein, hündet Zorath. Die anderen Aliens lachten, und Lukas fühlte sich zunächst hilflos. Er wusste nicht, wie er auf diese Spottreden reagieren sollte. Aber etwas in ihm vielleicht der Überlebensinstinkt oder die Rebellion eines einsamen Entdeckers sagte ihm, dass er sich wehren müsste. Er war nicht hier, um sich verspottet zu fühlen. Doch was konnte ein einzelner Mensch gegen diese riesigen, technologisch überlegenen Aliens ausrichten? Er ignorierte ihre Witze so gut es ging, doch Zorath ließ nicht locker. Schau dir nur den schwachen Menschen an. Was will er hier auf diesem Planeten? Wenn er sich wenigstens wie ein echter Krieger verhalten würde. Warte mal, sagte ein anderer Alien namens Fricks. Lukas. Vielleicht kann er uns doch noch überraschen. Vielleicht hat dieser Mensch etwas, von dem wir nichts wissen. Lukas, der in dieser Situation alles tun wollte, um seine Ehre zu retten, fragte, was genau meint er mit Kriegertum. Er stand auf und versuchte, sich groß und stark zu zeigen, obwohl seine Muskeln im Vergleich zu den Aliens eher schwach aussahen. Ach, ein Mensch will ein Krieger sein. Sollten wir ihm vielleicht ein Schwert geben? Oder ein Schutzschild aus Pappe, Zorath lachte schallend. Vielleicht kannst du ja auch ein bisschen tapferer werden, wenn du einen wirklich alten Raumanzug findest. Lukas wusste nicht, ob er sie einfach ignorieren oder sich wehren sollte. Doch plötzlich hörte er ein Geräusch, das seine Aufmerksamkeit erregte. Ein Rauschen. Ein Zischen. Etwas war in der Nähe. Und dann, als wäre es Schicksal, entdeckte er etwas, das niemand erwartet hatte. Ein riesiges, verlassenes Raumschiff, das in den Felsen versteckt war, als wäre es darauf gewartet, gefunden zu werden. Was ist das? fragte Fricks, als er die Entdeckung sah. Schau dir das an. Ein altes Schiff. Vielleicht gibt es da etwas drin, was uns weiterhilft, sagte Lukas, seine Augen blitzten vor Neugier. Doch tief in seinem Inneren wusste er, dass er nicht nur nach etwas suchen wollte, um den Aliens zu beweisen, dass Menschen nicht so schwach waren, wie sie dachten. Er hatte die Chance, etwas Größeres zu finden, etwas, das ihm selbst helfen könnte. Er schlich sich an das Schiff heran, die Aliens folgten ihm, immer noch skeptisch und lachend. Als Lukas in das Innere des Schiffs trat, spürte er sofort eine seltsame Aura. Es roch nach Staub und alten Metallteilen, aber gleichzeitig fühlte er sich plötzlich stark. Irgendetwas sagte ihm, dass hier mehr war, als er erwarten konnte. Und dann fand er es, eine Rüstung. Sie war aus einem unbekannten Material gefertigt, glänzte aber mit einer unheimlichen Macht, als ob sie aus einer anderen Ära stammte. Sie schimmerte in verschiedenen Farben, und als Lukas sie anfasste, spürte er eine Kraft in sich aufsteigen, die er nie zuvor erlebt hatte. Es war, als ob die Rüstung ihn auswählte, als ob sie ihm befehlen würde, sie zu tragen. Was hast du da gefunden, rief Zorath, als er das entdeckte. Ich habe etwas gefunden, das euch allen den Mund stopfen wird, sagte Lukas mit einem geheimen Grinsen. Ohne zu zögern, zog er die Rüstung an. Die Aliens waren stumm, als sie sahen, wie die Rüstung perfekt auf Lukas' Körper passte. Es war, als ob sie für ihn gemacht worden war, als ob sie darauf gewartet hatte, denjenigen auszuwählen, der bereit war, die Herausforderung anzunehmen. Mit der Rüstung, die nun seinen Körper schützte, stand Lukas auf und drehte sich zu den Aliens um. Was sagt ihr jetzt, fragte er mit einem Lächeln, das vor Selbstvertrauen nur so sprühte. Was? Was ist das, stammelte Zorath, als er die Veränderung in Lukas bemerkte. Woher kommst du mit so einer Macht? Ich habe etwas gefunden, von dem ihr nichts wisst. Etwas, das mehr ist als eure Technologie. Diese Rüstung wird euch zeigen, wie stark die Menschheit wirklich ist, sagte Lukas. Und während er das sagte, spürte er, wie sich die Energie in ihm verstärkte. Diese Rüstung war nicht nur ein Schutz, sie war ein Symbol der Macht. Lass uns sehen, ob du wirklich so stark bist, wie du sagst, rief Zorath, der sich plötzlich dazu entschloss, Lukas herauszufordern. Doch Lukas wusste, dass er bereit war. Mit dieser Rüstung an seiner Seite würde er alles tun können, was er sich jemals erträumt hatte. Die Aliens, die einst gelacht und ihn verspottet hatten, wussten jetzt, dass sie sich geirrt hatten. Sie hatten den Menschen unterschätzt, und nun mussten sie die Konsequenzen tragen. Was sie nicht wussten, war, dass dies erst der Anfang war. Lukas hatte mehr entdeckt, als er je gedacht hätte, und er würde die Macht dieser Rüstung nicht nur dazu verwenden, sich zu verteidigen. Er würde sie dazu nutzen, der galaktischen Gesellschaft zu zeigen, dass die Menschheit mehr zu bieten hatte, als man dachte. Und es war nur eine Frage der Zeit, bis diese Lektion allen klar wurde. Lukas, mit der Rüstung nun fest an seinem Körper, fühlte sich nicht nur physisch gestärkt, sondern auch mental aufgeladen. Er konnte die Energie durch seinen Körper pulsieren spüren, als ob sie jede Zelle belebte und ihm eine Macht verlieh, die weit über das hinausging, was er jemals für möglich gehalten hatte. Zorath und seine Gruppe von Aliens schienen plötzlich unentschlossen, was sie von dieser Situation halten sollten. Die Rüstung hatte Lukas verändert, ihm eine Präsenz gegeben, die sie nicht erwartet hatten. Zorath, der sonst so unerschütterlich in seiner Überheblichkeit war, begann, sich zurückzuziehen, als er spürte, dass Lukas, Macht sich mit jeder Sekunde verstärkte. Die anderen Aliens, die bisher über ihn gespottet hatten, standen nun schweigend da, während Lukas, jetzt vollständig in seiner Rüstung gehüllt, die Situation mit einer beinahe überlegenen Gelassenheit betrachtete. Also, was ist nun, sagte Lukas mit einem Lächeln, das sowohl eine Herausforderung als auch eine Einladung in sich trug. Glaubt ihr wirklich, dass ihr mit mir mithalten könnt, Zorath, der als Anführer der Gruppe geglaubt hatte, alles zu wissen und zu beherrschen, fand kaum Worte. Du, du bist stärker als wir dachten, gab er zu, aber es war ein Widerwillen in seiner Stimme. Lukas trat einen Schritt vor, seine Füße kaum den Boden berührend, als er sich in der Rüstung sicher fühlte. Die Technologie, die er gerade angelegt hatte, war weit fortgeschritten, und er spürte, dass sie auf seine Gedanken und Bewegungen reagierte, fast als ob sie ein eigenständiges Bewusstsein hatte. Die Rüstung hatte nicht nur seinen Körper verstärkt, sondern auch seine Sinne geschärft. Er konnte die winzigsten Bewegungen der Aliens wahrnehmen, die sie versuchten, in den Schatten zu treten, als ob sie überlegten, wie sie sich aus dieser prekären Situation befreien könnten. Glaubt mir, so Rat, sagte Lukas mit einer Stimme, die ruhig und voller Vertrauen war, ich bin nicht hier, um mich für eure Unterhaltung zur Verfügung zu stellen. Aber ihr habt mich unterschätzt, und das werde ich euch zeigen, in diesem Moment spürte er, wie sich die Rüstung noch enger an seinen Körper anpasste, als ob sie eine Antwort auf seine Worte gab. Es war, als ob sie bereit war, alles zu tun, um ihn zu unterstützen. Doch auch die Aliens hatten ihre eigenen Tricks auf Lager. Sie schienen in einem geheimen Kommunikationsnetzwerk miteinander zu sprechen, und Lukas konnte plötzlich eine subtile Veränderung in ihrer Haltung bemerken. Die Aliens wussten, dass sie in einer Falle steckten. Sie hatten ihn ausgelacht, ihn verspottet, aber jetzt war Lukas derjenige, der das Spiel bestimmte. Du denkst, du kannst uns einfach mit dieser Rüstung einschüchtern, sagte zu Rat, seine Stimme klang schärfer, als er versuchte, sich wieder zu sammeln. Wir haben Technologien, die weit über das hinausgehen, was du dir vorstellen kannst. Wir haben Waffen, die deine Rüstung zerschmettern können, Lukas lachte leise, und in diesem Lachen war eine tiefe Sicherheit. Es ist nicht die Technologie, die mich stark macht, sagte er, sondern der Wille, die Herausforderung anzunehmen. Er machte einen schnellen Schritt nach vorne, die Rüstung reagierte blitzschnell und ermöglichte es ihm, mit einer Geschwindigkeit und Präzision zu bewegen, die die Aliens nicht erwartet hatten. In einem Moment der Ablenkung griff Lukas an, nicht körperlich, sondern durch die Kräfte der Rüstung, die wie ein unsichtbarer Schild um ihn herum pulsierte. Die Aliens versuchten, sich zu wehren, ihre Waffen zu ziehen, doch sie waren zu langsam. Lukas hatte die Oberhand, und er wusste es. Doch es war nicht nur die physische Stärke, die er gewonnen hatte. Es war das Wissen, dass er mehr wusste, als sie je vermutet hatten, und das gab ihm das Selbstvertrauen, das sie in ihm nie erwartet hätten. Die Aliens starrten ihn an, ihre Augen weit aufgerissen vor Erstaunen. Sie hatten gedacht, er wäre ein einfacher Mensch, ein primitives Wesen, das leicht zu beherrschen war. Aber sie hatten sich geehrt. Lukas hatte mehr zu bieten, als sie sich je vorstellen konnten. Was wird es sein, fragte Lukas nun, während er sich in einer selbstbewussten Pose aufrichtete. Wer von euch will der Nächste sein, die Alien standen unschlüssig da, einige von ihnen überlegten, ob sie gegen die Rüstung und Lukas, neue Macht ankämpfen sollten. Doch der Funke der Unsicherheit hatte sich bereits in ihren Reihen ausgebreitet. So Rat, der spöttische Anführer, stand da und überlegte, ob er die Sache eskalieren sollte, aber ein Teil von ihm wusste, dass es riskant war, gegen einen so mächtigen Gegner vorzugehen. Die Rüstung war nicht nur eine Waffe, sie war ein Symbol der Entschlossenheit. Lukas, Geist war stark, ungebrochen, und das war etwas, mit dem die Aliens nicht gerechnet hatten. Sie hatten die Menschheit als schwach und ohne viel Potenzial angesehen, aber sie hatten Lukas unterschätzt. Also, was wollen wir tun, sagte Lukas ruhig, aber sein Blick war scharf wie ein Messer. Ihr habt gelacht, ihr habt mich verspottet. Aber jetzt habt ihr die Chance, etwas zu lernen, die Spannung zwischen ihnen war fast greifbar, aber Lukas wusste, dass er noch nicht alles gezeigt hatte. In den Tiefen des Raumschiffs, wo die Rüstung ihre Ursprünge hatte, wusste Lukas, dass es noch viele Geheimnisse gab, die er aufdecken konnte. Und das war erst der Anfang. Die Aliens hatten ihn vielleicht unterschätzt, aber er hatte noch so viel mehr zu bieten, als sie sich jemals hätten vorstellen können. Und während die Aliens sich fragten, was als nächstes kommen würde, war Lukas schon einen Schritt weiter. Was sie nicht wussten, war, dass der wahre Test gerade erst begonnen hatte. Die Spannung in der Luft war nun fast greifbar, als Lukas langsam einen weiteren Schritt nach vorne machte, die Rüstung mit jeder Bewegung glänzend und bedrohlich. Sorat, der sich bis dahin für unbesiegbar gehalten hatte, bemerkte zum ersten Mal, dass seine Gruppe in der Präsenz von Lukas, neue Macht verblasste. Seine Überheblichkeit hatte ihn in diese prekäre Lage gebracht, und nun war es zu spät, zurückzublicken. Du hast dich verändert, sagte Sorat, mehr zu sich selbst als zu Lukas, und es war nicht nur die Rüstung, die ihn beeindruckte, sondern die Entschlossenheit in Lukas' Augen, die einen Funken der Angst in ihm auflodern ließ. Lukas hatte die Situation gemeistert, und jetzt war er bereit, alles zu riskieren. Er wusste, dass die Aliens nicht einfach aufgeben würden, dass sie ihre eigenen Geheimnisse und Waffen hatten, aber die Rüstung hatte ihm eine neue Perspektive gegeben, eine, die über das bloße Überleben hinausging. Vielleicht haben wir uns in dir geirrt, gab Sorat nach, als er die Bewegungen seiner Gefährten studierte, die zu zögern begannen. Aber sei dir sicher, Lukas, dass du uns nicht entkommen kannst. Wir wissen Dinge, die du dir nicht einmal in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst, Lukas, lächeln war selbst sicher, aber seine Antwort war ruhig und bestimmt. Ich habe nie vorgehabt, zu entkommen. Aber vielleicht solltest du anfangen zu verstehen, dass es nicht immer um Macht geht, sondern um Wissen und den Mut, Dinge zu verändern, er spürte die Energie der Rüstung, wie sie in jeder Faser seines Körpers pulsierte. Sie reagierte auf seine Worte, auf seine Gedanken. Die Alien standen vor ihm, und Lukas wusste, dass sie, so überlegen sie auch waren, in diesem Moment verloren hatten. Sie waren zu sehr in ihren eigenen Vorstellungen von Macht gefangen, während Lukas einfach bereit war, zu lernen und sich anzupassen. Wenn du denkst, dass du die Kontrolle hast, dann liegst du falsch, sagte Lukas, und es war kein prallerisches, sondern ein ernstes Statement. Ich habe keine Angst vor dem, was du mir antun könntest, so Rat. Aber was ist mit dir? Hast du Angst vor dem, was du nicht verstehst? So Rat blieb einen Moment lang still, dann nickte er langsam. Vielleicht hast du recht, Mensch. Vielleicht ist es der Mangel an Verständnis, der uns so an unsere Macht gebunden hat. Aber du wirst nicht ungeschoren davon kommen, er streckte die Hand aus, und seine Gruppe reagierte sofort, zog ihre Waffen, die mit fortschrittlicher Technologie ausgestattet waren. Doch Lukas reagierte blitzschnell. Mit einem einzigen Handgriff, unterstützt von der Rüstung, hob er die Hand und blockierte die Angriffe der Aliens, als wären sie nichts weiter als flüchtige, lächerliche Versuche. Die Waffen prallten gegen den unsichtbaren Schild, der sich um ihn herum bildete, und die Alien starrten mit offenem Mund. Es war nicht nur die Rüstung, die Lukas so stark machte es war seine Fähigkeit, mit ihr zu harmonieren, sie zu kontrollieren, als wäre sie ein Teil von ihm. Es gibt viel mehr als nur Technologie, so Rat, sagte Lukas ruhig, während er seine Hand wieder senkte und die Waffen der Aliens in den Boden bohrte. Es gibt Intuition, es gibt Anpassungsfähigkeit. Du kannst nicht einfach auf ein Gerät setzen und erwarten, dass es dir hilft, wenn du nicht auch bereit bist, dich selbst zu verändern. Die Aliens begannen sich zu versammeln, ihre Augen auf Lukas gerichtet, als sie erkannten, dass sie gegen einen Gegner kämpften, der mehr wusste, als sie je geahnt hätten. Aber es war nicht nur Lukas, Wissen, dass sie in die Enge trieb. Es war seine Ausstrahlung, die Aura, die er jetzt verströmte. Eine, die sie in ihrem Innersten erzittern ließ. Die Aliens, die bislang glaubten, die Oberhand zu haben, spürten nun, dass sie in einem Spiel gefangen waren, das sie nicht beherrschten. Lukas schritt weiter voran, das Gefühl der Unbesiegbarkeit, das er nun besaß, verstärkte sich mit jedem Schritt. Er hatte nie gedacht, dass es so kommen würde, dass er sich so schnell an diese neue Macht gewöhnen würde. Aber die Rüstung war nicht nur eine Waffe, sie war auch ein Spiegel seiner eigenen Entschlossenheit. Sie hatte ihn verändert, und in dieser Veränderung lag seine wahre Stärke. Du kannst uns nicht besiegen, Mensch, rief Zorath verzweifelt, doch Lukas lachte nur. Ach, Zorath, du hast noch nicht verstanden. Ich besiege dich nicht. Du besiegst dich selbst, in diesem Moment spürte Lukas, wie die Rüstung noch mehr mit ihm verschmolz. Sie reagierte nicht nur auf seine Gedanken, sondern auf seine Emotionen. Jeder Impuls, jeder Funke der Entscheidung floss durch sie hindurch und ließ sie noch mächtiger werden. Es war ein Gefühl von Kontrolle, das Lukas noch nie gekannt hatte. Die Aliens, die sich selbst als überlegen betrachteten, begannen, ihre eigenen Unsicherheiten zu spüren. Sie hatten sich auf eine einfache Konfrontation vorbereitet, doch Lukas hatte ihnen eine Lektion erteilt, die sie nicht so schnell vergessen würden. Die Rüstung war mehr als nur eine physische Erscheinung. Sie war ein Werkzeug der Transformation. Sie hatte Lukas nicht nur körperlich verändert, sondern auch mental. Er war stärker geworden, weil er bereit war, sich zu ändern, sich anzupassen und zu wachsen. Zorath hatte gehofft, ihn zu brechen, ihn zu kontrollieren, aber stattdessen hatte Lukas die Kontrolle übernommen. Und jetzt war es Lukas, der das Spiel bestimmte. Mit einem letzten, mächtigen Schritt drehte sich Lukas zu den Aliens und sprach mit einer Stimme, die fest und unerschütterlich war, Ich bin nicht mehr der, der ihr verspottet habt. Ich bin nicht mehr der schwache Mensch, den ihr leicht überwältigen konntet. Ich bin mehr und ich werde mehr. Die Alien standen regungslos, ihre Waffen in der Hand, aber ihre Entschlossenheit schien zu schwinden. Zorath, der stets von sich selbst überzeugt gewesen war, konnte es kaum fassen, dass der Mensch, den er und seine Artgenossen so lange verachtet hatten, nun über eine Macht verfügte, die sie nicht einmal ansatzweise begreifen konnten. Lukas spürte, wie sich die Energie der Rüstung um ihn herum verstärkte, und er wusste, dass er jetzt eine Grenze überschritten hatte. Die Rüstung war nicht nur eine Verteidigungsmaßnahme, sie war eine Erweiterung seiner selbst, eine Manifestation seiner Gedanken und Wünsche. Er konnte spüren, wie sie auf seine innersten Emotionen reagierte, als wäre sie eine lebendige Entität, die mit ihm verschmolz. Zorath trat einen Schritt zurück und starrte Lukas an. Du hast uns alle getäuscht, sagte er, seine Stimme klang jetzt nicht mehr so selbstsicher. Du bist nicht einfach ein Mensch. Du bist etwas anderes. Und das, das ist gefährlich. Lukas schmunzelte und hob eine Hand, als wollte er die Worte Zoraths in den Wind blasen. Ihr habt euch geirrt. Ich bin genau das, was ihr euch eingebildet habt, aber nie für möglich gehalten habt. Ein Mensch, ja. Aber auch mehr, als ihr jemals verstehen werdet. Während Lukas sprach, erweiterte sich der Schild um ihn herum, und die Rüstung begann, mit einer fast hypnotischen Bewegung auf seine Gedanken zu reagieren. Die flimmernde Oberfläche der Rüstung reflektierte das Licht der fernen Sterne und gab Lukas einen nahezu übernatürlichen Glanz. Es war, als ob er jetzt ein Teil des Universums selbst war der Mittelpunkt eines kosmischen Spiels, das weit über die Vorstellungskraft der Aliens hinausging. Die Aliens starrten ihn weiterhin an, aber sie begannen sich unwohl zu fühlen. Ihre eigenen Waffen, die sie für so mächtig gehalten hatten, schienen in Gegenwart der Rüstung bedeutungslos. Jeder Versuch, Lukas zu treffen, scheiterte kläglich, als würde der Schild einfach alles abprallen lassen. Zorath knirschte mit den Zähnen und versuchte, einen neuen Plan zu schmieden, aber Lukas spürte, wie sich der Druck auf ihn erhöhte. Es war nicht nur der Versuch der Aliens, ihn zu besiegen. Es war der Versuch, ihren eigenen Stolz zu wahren, ihre ganze Vorstellung von Macht und Überlegenheit nicht aufzugeben. Doch Lukas wusste, dass sie verloren hatten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie das ebenfalls verstanden. Ihr könnt mir nichts mehr antun, Zorath. Eure Waffen sind nutzlos. Eure Drohungen leer. Du hast dich mit dem Falschen angelegt, Lukas, Stimme war ruhig, aber jeder Ton, den er von sich gab, trug eine Kraft in sich, die seine Worte noch schärfer machte. Die Aliens, die sich in ihrer eigenen Überlegenheit sonnten, hatten nie verstanden, was wahre Macht wirklich war. Sie hatten gedacht, sie könnten Lukas mit ihrer überlegenen Technologie und ihren drohenden Blicken einschüchtern, aber sie hatten nie bedacht, dass er etwas besaß, das sie nie begreifen würden, den unerschütterlichen Willen eines Menschen, sich selbst zu behaupten. Lukas ging langsam auf Zorath zu, und jeder Schritt, den er tat, schien den Raum um ihn herum zu verändern. Die Luft wurde dichter, elektrischer, und selbst die Aliens begannen, einen Schritt zurückzuweichen. Lukas konnte förmlich spüren, wie ihre Unsicherheit wuchs. Sie waren nicht mehr sicher, wer der Jäger und wer das Opfer war. Was wirst du jetzt tun? fragte Lukas, als er direkt vor Zorath stand und ihn mit einem selbstbewussten Blick ansah. Zorath versuchte, seine Haltung zu wahren, aber Lukas konnte sehen, dass der Zweifel bereits in seinem Blick aufblitzte. Was hast du, das uns aufhält? Zorath versuchte, wieder Kontrolle über das Gespräch zu gewinnen, doch Lukas wusste, dass er zu spät war. Ich habe das, was ihr nie haben könnt. Ich habe den Willen, alles zu riskieren, um zu überleben. Und das ist der wahre Schlüssel zu Macht, sagte Lukas mit einem scharfsinnigen Blick. Eure Maschinen, eure Technologie, all das bedeutet nichts, wenn ihr nicht bereit seid, euch selbst zu verändern, zu wachsen, Zorath sagte nichts mehr. Die Worte von Lukas hatten in ihm eine Reaktion ausgelöst, die er nicht erwartet hatte. In diesem Moment wurde ihm klar, dass er nicht nur gegen Lukas kämpfte, er kämpfte gegen eine ganze Spezies, die nie aufhören würde zu kämpfen, zu wachsen, zu lernen. Lukas spürte die Rüstung, die sich mit seinen Gedanken synchronisierte, als er einen weiteren Schritt machte und seine Hand in die Luft hob. Die Energie, die um ihn herum pulsierte, war beinahe greifbar, und es war, als ob er die ganze Macht des Universums in seinen Händen hielt. Die Aliens beobachteten dies mit wachsender Besorgnis. Sie hatten gedacht, sie könnten ihn einfach überwältigen. Doch Lukas war kein gewöhnlicher Mensch. Und die Rüstung war kein gewöhnliches Artefakt. Es war ein Symbol seiner Entschlossenheit, seines Überlebenswillens und seiner Fähigkeit, sich anzupassen und zu wachsen. Während die Aliens weiterhin in stiller Furcht verharrten, spürte Lukas, wie sich der Schild um ihn herum verstärkte. Er wusste, dass er jetzt nicht nur über die Rüstung verfügte. Er hatte eine Waffe, die in der Lage war, die ganze Welt um ihn herum zu verändern. Sorat und seine Truppen standen wie erstarrt da, unfähig, sich zu bewegen, während Lukas langsam seine nächste Entscheidung traf. Es war nicht mehr nur ein Kampf um Macht. Es war ein Kampf um das Überleben einer ganzen Spezies. Und Lukas wusste, dass er gewonnen hatte. Lukas spürte, wie der Moment in die Unendlichkeit dehnte, als er vor Sorat stand, der jetzt völlig verunsichert wirkte. Die Spannung war beinahe greifbar, als sich die Energie der Rüstung weiter verstärkte, als würde sie die letzte Entscheidung über das Schicksal der Begegnung treffen. Sorat und seine Truppen standen wie gelähmt da, ihre Waffen fest in der Hand, doch der Wille, sie zu benutzen, schien ihnen zu entgleiten. Lukas wusste, dass es nicht mehr um den Sieg in einem gewöhnlichen Kampf ging. Es ging um das Überleben seiner Art, um den Beweis, dass er, ein einfacher Mensch, die gleiche Macht erlangen konnte wie die mächtigsten Wesen im Universum. Die Rüstung hatte ihm zu etwas mehr gemacht, etwas, das die Aliens nicht verstehen konnten. Sie waren auf der Jagd nach einer Form von Überlegenheit, die auf Technologie und Maschinen beruhte, aber Lukas wusste, dass wahre Stärke nicht aus Metall und Schaltkreisen bestand. Es war der Glaube an sich selbst, der Wille zu überleben, der tief in den Herzen der Menschen verankert war. Und das war es, was Lukas nun in sich trug – eine unerschütterliche Entschlossenheit, die er nie für möglich gehalten hatte. Du hast verloren, Zorath, sagte Lukas ruhig, seine Stimme durch die Rüstung hindurch wie ein unaufhaltsamer Befehl. Es ist vorbei, Zorath, der bis zu diesem Punkt der Überzeugung war, dass er und seine Truppen die Oberhand behalten würden, konnte nun nichts mehr tun. In seinen Augen spiegelte sich der schwindende Mut, und er wusste, dass sie in diesem Moment gescheitert waren. Lukas hatte ihn überlistet, hatte das Spiel verändert, und die Aliens, die einst geglaubt hatten, sie könnten alles kontrollieren, standen nun vor der bittern Realität, dass ihre Macht keine Bedeutung mehr hatte. Lukas sah auf die Gruppe von Aliens, die immer noch in ihrer Position verharrten, und ein Lächeln zog sich über sein Gesicht. Es war ein Lächeln der Zufriedenheit, aber auch der Erkenntnis. Der Kampf war nicht gewonnen, weil er die besten Waffen besaß oder die stärkste Technologie. Es war gewonnen, weil er bereit war, sich zu verändern, zu wachsen und das zu akzeptieren, was er lernen konnte. Zorath hatte sich in seiner eigenen Arroganz verrannt und geglaubt, dass Macht nur durch Kontrolle und Unterdrückung erreicht werden konnte. Doch Lukas hatte gezeigt, dass wahre Stärke aus der Fähigkeit kam, sich anzupassen und zu lernen, selbst aus den herausforderndsten Situationen zu wachsen. Die Rüstung um ihn herum flimmerte und pulsierte, als ob sie in dieser Erkenntnis selbst einen tiefen Frieden gefunden hätte. Lukas trat einen Schritt zurück und nahm einen letzten, langen Blick auf Zorath und seine Truppen. Die Energie der Rüstung ließ die Luft um ihn herum vibrieren, und er wusste, dass die Entscheidung nun gefallen war. Es war nicht nur ein physischer Sieg, sondern ein geistiger und emotionaler. Ich hoffe, ihr habt etwas daraus gelernt, sagte Lukas mit einem Augenzwinkern, das so selbstsicher war, dass es sogar Zorath für einen Moment aus der Fassung brachte. Macht bedeutet nicht alles. Manchmal ist der wahre Schlüssel zum Überleben einfach, sich zu ändern, mit diesen Worten drehte sich Lukas um und ging, die Rüstung schimmerte im Licht des fremden Planeten. Die Alien starrten ihm nach, völlig unsicher, was sie als nächstes tun sollten. Sie hatten geglaubt, sie könnten ihn besiegen, ihm brechen. Aber sie hatten nicht bedacht, dass Lukas mehr war als nur ein Mensch. Er war ein Symbol dessen, was es bedeutete, niemals aufzugeben, sich ständig zu verbessern und mit allem, was man hatte, für seine Zukunft zu kämpfen. In diesem Moment war Lukas der Sieger nicht durch die Kraft der Waffen, sondern durch die Kraft des Geistes, des Willens und der Fähigkeit, das Unmögliche zu erreichen. Als er schließlich den verlassenen Raum betrat, in dem die Rüstung ursprünglich verborgen war, wusste er, dass er nicht nur den Kampf gegen Zorath gewonnen hatte. Er hatte den Sieg über seine eigenen Ängste, seine eigenen Zweifel errungen. Und das war der wahre Triumph. Während er sich abwandte und mit jedem Schritt die leeren Hallen hinter sich ließ, spürte er, dass die Reise gerade erst begonnen hatte. Die Galaxie lag vor ihm, und er war jetzt mehr als nur ein Überlebender. Er war ein Krieger, ein Entdecker, ein Erneuerer, der bereit war, sich jeder Herausforderung zu stellen, die vor ihm lag. Und in dieser Rüstung, die jetzt ein Teil von ihm war, wusste Lukas, dass er zu allem in der Lage war.